Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Geschichte Karlchen und die Agenten. Mal sehen, was passiert. Oh, das ist ja schrecklich. Ich glaube, für diesen Auftrag benötigen wir das gesamte Team. Hey Leute, hört mal her! Dr. Devil plant, den gesamten Planeten zu versklaven. Wir müssen sofort los und ihn aufhalten. Tech, starte die Satellitenortung. Geht klar. Aha, aha, okay. Mal hier, da scheint er. Ah ja. Alles klar, wir haben ihn. Dr. Devil und seine Schergen befinden sich in Playmo City. Alles klar, gute Arbeit, Tech. Diesmal schnappen wir uns diesen Quacksalber. Spy-Team, ab in den Spy-Truck. Oh, das ist aber nicht der Spy-Truck. Hm, ja, das stimmt. Leider ist beim letzten Einsatz eine widerlich stinkende Flüssigkeit ausgelaufen. Unser Spy-Truck befindet sich gerade in der Reinigung. Bis dahin war das Playmo City SEK so freundlich, uns ihren Truck zu leihen. Also los jetzt, alle rein da! Tech, du bleibst hier und überwachst Dr. Devil. So wie er seinen Aufenthaltsort ändert, informierst du uns umgehend. Selbstverständlich, General. Ich wünsche einen erfolgreichen Einsatz. Weil ich der Karlchen bin, das weiß doch jedes Kind. Hm, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Hm, naja, jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich irgendwie an Land gehen kann. Der Sprit dürfte auch bald alle sein und ich glaube, ich bin weit genug gefahren, um dem alten Tony zu entwischen. So, da wären wir. Wo bin ich denn hier? Uhlala, das sieht aber ganz vorzüglich aus. Oh Mann, wo bin ich denn hier nur gelandet? Das ist ja alles ganz hochmodern, hm? Oh, und diese Karre hier, meine Herren, was ist denn das? Wie, wo, was, wie, äh, was, was ist das denn? Alte Tony hier, oder was? Oh, ich will verstecken, schnell dahinter hier. Hä, das war doch der Alarm. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hä, was ist denn das? Äh, 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 pfff! Hey Kollege, aufwachen! Hä, hä, was? Wer bist du? Wo bin ich? Was machst du? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Das wird dir noch leid tun. Du legst dich hier mit dem Falschen an. Was willst du? Wer bist du? Ich bin Tech, der größte Erfinder, Mechaniker und Computerexperte der Welt. Meine Herren, hältst du jetzt mal die Klappe? Der beste Erfinder, Mechaniker und Computerexperte der Welt, hm? Vielleicht kann es mir doch noch nützlich sein. Wer bist du, hm? Ein Komplize von Dr. Devil? Ich kenne keinen Dr. Daniel. Mein Hausarzt heißt Dr. Otto. Hä, was ist mit einem Daniel und Otto? Hm, der scheint wirklich nichts mit Dr. Devil zu tun zu haben. Mal sehen, was er hier will. Wie hast du unsere Basis gefunden? Und was willst du? Ich bin einfach mit meinem U-Boot aufgetaucht und habe einen Unterschlupf gesucht. Aber nun habe ich eine bessere Idee. Und die wäre? Wir beide machen jetzt einen Ausflug und du nimmst einen Schraubenschlüssel mit. Hey, lass mich. Was willst du von mir? Ich will eine Bank und ein Tresor voller Geld ausrauben. Und du wirst mir dabei helfen. Los geht's, Schrauberling. Schau dir jetzt die nächste Folge an.